herzlich willkommen zurück zu 7 days to die so wir wollen wir müssen die jasmine ist ja wieder mit dabei und die schon vorgelaufen die müssen wir erstmal einholen wo bist du denn jetzt aktuell 155 meter hier sind schön viel steine und stein habe ich erstmal genug wollen wir nicht erstmal hier ich wollen wir mal zum anderen händler steine da hinten kommt der idiot angefahren der hallo gesehen und wochen auch schon ich bin da na wie ist es wollen wir wieder zu zweit steine abbauen nein ich brauche steine ich habe gar nichts mehr an stein ich mein es ernst ich brauche den stein jetzt ja 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 mensch jetzt hau ab woanders lassen lass uns mal da haben wir doch heimgang händler bob ja der geheimgang da muss auch wieder was sein weil ich konnte alles neu nehmen lass uns mal zu händler bob jedoch kommst du nicht nö weil ich erst mal stein brauche okay dann radel ich schon mal los ne auf dem draht ist in ruhe mein stein sammeln endlich immer nimmt er mir noch hin und nein außerdem ist meine quest andere seite ich habe nun überfahren kommt sie her und findet keine steine mehr nämlich deine was das nein ganz einfache sorry was bist denn jetzt so wenn du mir die steine klaus nämlich deine ne ich fahre schnurstracks dran vorbei ich gucke da nicht mal rüber dann ist ja gut ja ach so ich habe noch ein forger head book für dich ne übrigens ich brauche noch ein ich könnte das natürlich auch lesen ich brauche ich brauche noch eins für den schmutz diesel das überlege ich mir noch panzerjacken oder was ja irgendwie teflon weste oder so äh teflon kevlar ok sag mal kommst du woher das kann ich ok ausgespielt von dem vogel ja der vogel wird vom vogel ausgespielt was für eine ironie bleibst du wohl bleib in deiner spur das ist unmöglich eigentlich hat dieses huhn die freiheit verdient oh nein gerade jetzt wo ich mich entschieden habe es laufen zu lassen hmmm halt auf ja du hast es nicht eilig war ok ne geht doch so dann wollen wir mal zu bob weil bei bob müsste eigentlich auch eine city sein eine city eine city oh ein glas von honig ich könnte ja unterwegs auch mal ein paar autos abbauen weil wir haben nicht mehr viele mechanische teile ich habe auch schon so ah sie hat mich schon gesehen ich würde gerne mal eine andere welt hier die sieht aus wie so eine karen hier aus den aus den ganzen reels so ich habe hier noch ein familienband für dich wenn du bock hast für mich hier und da ein bisschen farbe ne und dann sieht das aus wie neu warum für mich er hat kaum gebrauchsspuren für dich reicht das ich denke du wärst damit zufrieden mhm sogar zwei scheibenwischer hat der wow mhm ich bin schon wieder bei dieser komischen holzfitte hier ah ja so und den da hinten nehme ich auch noch mit wenn schon denn schon so ein strand buggy hier wo bist du jetzt beim händler oder was auf dem weg zu weil hier müsste eigentlich noch eine stadt sein in der ich noch nicht war mhm oh endlich tausend stein ey und dann bin ich bei so einer holzfülle hier ich hab halt nix geiles für meine ausdauer ne jetzt habe ich leider keine jetons mit weil es spontan war hätte jetzt sein können dass der was gutes hat für uns so hier ist nur ein baumstamm hier hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen und Honig in allem hier war kein Honig drin da 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 oha wo bin ich denn jetzt hier oh hier kommt jetzt nebel und wind ja ich muss gegen den sturm antradeln antradeln ich wollte erst treten sagen aber dann wollte ich radeln dann habe ich mich für radeln umentschieden kam radeln oh jetzt ruhrt der von oh jetzt ruhrt der von oh jetzt ruhrt der von oh ja oh das ist aber düster jetzt hier so einmal berg hoch und berg wieder runter hallo was man hier alles an naturfreunden findet ne im wald im wald oha jasmin gewitter ups bin abgestiegen so hier vorne ist der händler dann fahren wir gleich nach links ja da sollte eine city sein die looten wir sofort die looten wir sofort oh wieder Honig geil Augen auf im Straßenverkehr ja weder Honig gefunden oh hier ist ein geschenkelladen ja 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 oh nein es muss hier müssten super angebote sein wir prüfen uns ums beste produkt hier hier oh äh nein verdammt oh oh äh kleiderregal kann man so ein bisschen verscherbeln klamotten ne ohne hoodie ne oh ein hoodie leih äh kann ich mir nichts leisten äh äh da gucken wir gleich hin ganzen zombies sind wohl bei dir wa? nö hier ist nix hallo ist hier oh ich hab hier zwei liebreizende männer getroffen mit dem schuppen die sind wohl was ich dachte du sagst du ein schlupper ein schluppen also mit meiner Ausdauer das ist ja ein Traum hm nur weil ich frag bitte komme ich hier nicht vorwärts zwei stufen gegangen da fällst du mal aufhören zu regnen hier aus der Bruste oh was denn das für ein Hinterwäldler Bus schieß erst wenn du das Weiße in ihren Augen siehst wo bin ich denn jetzt? jetzt bin ich auf irgendeiner Straße hier hm ja gut vom Loot her ja kann man mal reingucken ne aber so hier ist halt nur ne Werkbank die kann ich abbauen die gibt gut Eisen also geschmiedetes äh Eisen soo wär schön wenns jetzt mal aufkommen würde mit diesem glöden Regen Drei mit propertie no trespassing protected bei 24 video elektronik surveillance to report an suspicious call security at 7 1 3 mein englisch war nie besser hier wäre auch noch eine Militär Basis so ein Camp weißt du? ich habe da nur leider keine guten Erfahrungen gemacht das ist ja faszinierend in der Militär Basis sind vier Soldaten hier irgendwo ich dachte hier wär noch einer gewesen soo Schisspulver geil äh heute haben wir hier noch ein bisschen Eisen nehmen wir nehmen wir äh ok ja nein 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 ich habe hier gerade zwei Problemchen ok eine haarige und eine nicht haarige ok ähm ja ok ich dachte schon das könnte ein Problem werden ja ich muss recht kurz ich glaube ich musste die Klamotten zerlegen die werden jetzt nicht verscherbelt das ist jetzt ein bisschen doof ich bin noch nicht mal in der Stadt und bin schon voll ich bin auch voll ja aber ich kann ja trotzdem mal hinradeln und gucken ob da ähm überhaupt eine Stadt ist Scheiße ich kann hier das dann muss ich das wegnehmen soo das Auto nehmen wir mit mhm ich muss mal ein bisschen ich bin neun überladen ich muss mal was ins Rad packen ähm 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 kann man eigentlich mal was hören? was kann man? ok ich versteh dich nicht du bist mega leise und FG rennen achso ne ich glaube nicht so ich glaube das frage ich öfter mal ja oh dankeschön mhm oh es wird wieder hell j sei dank ah damit habe ich nichts zu tun so oh da ist Kohle ich dachte hier bei dem Händler ist auch eine Stadt aber sieht jetzt nicht so aus aber unsere Stadt wird ja wohl kaum die einzige Stadt sein hier hm folgt mal noch ein bisschen der Straße wo ein Weg ist ist auch ein Ziel diese Straße wird mich führen hm hm ja wobei da hinten sieht es aus als könnte da was sein ja 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 hier also hier hinten ist nochmal eine Stadt wo ich jetzt bin mhm die sind die sind aber auch weit auseinander ne ja also du hast auch zwischendurch keine Häuser kein gar nichts keine Farben ah wieder kein Honig ich habe dreimal Honig gekriegt echt ja das ist eine Frechheit nö nö so hier ist eine American Flag drauf ich werde hier als erstes reingucken ja vorhin habe ich aber noch was zu erklären nein nein böse nein nein heißt nein Schönen guten Tag Organhandel was können wir ihnen entnehmen eine Magician was ich bin ein Zauberer ich habe ihn mit der Axt geschlagen und er ist wieder verschwunden meine ist grad voll geflogen ey die ich geschlagen habe oh ne mich hier rein sprühen da habe ich ja wobei ups kommt ein bisschen drauf an oder zieh ich da durch und dankeschön du bist so aufmerksam Jasmin so kein Problem nicht weil äh okay das sieht das sieht irgendwie sieht das falsch aus da hinten ist noch eine Straße da gehe ich jetzt mal gucken so hier haben wir noch ein paar Schränke oh ein Kürbis Jasmin wollen wir einen gruseligen Kopf schnitzen mhm mhm okay andere Seite wäre offen gewesen äh eiskalt hingerichtet so was haben wir denn hier Feines Feini 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 wenn du verstehst was ich meine was meinst du denn und es geht schon wieder los lalalala ah ja 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 okay aber wo was ach über mir über mir so wo bin ich jetzt hier äh keine Ahnung keine Ahnung äh hier ist so wie ein kleines Dorf oder so ist das hier okay ich bin ja hier ganz weit weg von dir oh oh ein Soldat das war schon das war ja aus nächster Nähe skrupelloser Killer mein hier ist ja richtig was los ey ob es dir gar nicht Loot gibt also wenn es hier geilen Loot gibt dann muss ich hier nochmal meine Taschen ausleeren ich hab keine Ausdauer äh hab einen geilen Loot gefunden ich gucke dich ich bin auch hier irgendwo im Nirgendwo keine Ahnung wo ich hier bin aber hier scheint auch was zu sein ja immer mitnehmen ne du das hab ich nämlich gewusst ich hab dazugelernt am nächsten Mal mitnehmen das ist das Problem ja ey jetzt ist mal dein Spotscher Headdingbum hier mitgenommen äh wie viele brauche ich denn von denen überhaupt noch äh das ist das krass was ist das denn hier ey da sind doch noch einige oha oha ah ich wollte dir den ja mal zeigen was ist das denn das da aus das siehst weißt du wie das aussieht hier mhm als wenn das hier auch mal einer war hier so ein hä denn bei Trader Bob dann bist du ja gar nicht weit weg von mir ich wollt grad sagen das sieht aus als wenn das hier so ein Händler ist ja ja Trader Bob ist auch ein Händler hä der handelt mit Ware ja wusste ich nicht dass es hier auch einer ist so ich bin ich bin an der Maut aber ich bin schon eine Ecke weg also 800 Meter hast 900 der sieht aber komisch aus ah hier warte mal warte mal nein warte mal ja ja okay das waren nur zwei okay oh ein volles Regal voll mit Ordnern Ordnern ja da ist ein Bauplan drin gewesen sehr umfangreich zu lesen ja ja er war dezent aufwändig weiß Mehl okay so dann machen wir das mal so oh schön äh ich hab hier noch Mais Samen und davon haben wir genug ja ja hab's mal runter gespült dem Rachen runter so könnte ich mir noch verkaufen oha ey den muss ich dir echt mal zeigen den Typen ey da war ne Kartoffel ne Kartoffel? mhm ja Kartoffelsamen brauchen wir ne da war nur ne Kartoffel ach ach was hab ich ich hab irgendwas im Auge ich probe jetzt in meiner Iris mhm viel Spaß Aua Aua äh das ist die Tür okay oha 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 okay der war orange 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 oha mhm da war ich ja da bin ich ja gewesen oha 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 hier ist ne Lampe ich hab ja noch ne Quest ne oha 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 da muss ich hier rein aber die Lampe ob ich da letztendlich nur zu dieser Kiste komme an der ich eh schon war wo ist das hier Tonstudio oder? oha a trübes Wasser oha farbig geht der ist nicht farbig? was denn? oha oha vorsicht ich komme rein ich lach mich kaputt hier ey wieso? wegen äh der Katze und Juli achso hier ist alles zu oha 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 muss der den Typen mal rein ziehen dabei Hast du schon mal von einem einzelnen Worten Ohrwurm gehabt? Ja. Okay, hier ist eine Fakuline. Ja, auch komisch. Manches kannst du mitnehmen, aber abbauen nicht. Merkwürzig. Merkwürzig? Das ist ja Peperoni. Das ist ja... Ja, nee, das hat nur dahin geführt, wo ich eh schon war. Aber ich habe eine Kiste übersehen. Oh, und? Eine Truhe? Ja, Kruzifix noch eins, ey. Im Glück bin ich hier nochmal langgegangen, oder? Kruzifix. Shit. Ah, verdammt, mir ist ein Dietrich gebrochen, Jasmin. Ich habe keine Dietrich mehr. Hm? Dietrich Bergbank. Ist hier vielleicht einer drin? Ja, ne? Äh, Autoteile. Mhm, mhm. Ja. Eine riesen Waschmaschine hier, ey. Ich habe keinen Dietrich. Ich bin vielleicht so ein blöder Flügel. Ich fall die Treppe einfach ganz easy-peasy wieder runter. Ich stelle mir das vor, wie du so richtig im Porcelbaum da immer wieder dich überschlägst. Hm, 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 hm. Findest du das lustig? Ja. Es amüsiert mich ein bisschen. So. Sehe ich dich vielleicht irgendwo nüb? Ach, was ist denn? Da ist noch irgendwas. Ach, was ist denn? Voll der Hügel, ey. Da hinten ist das Brandgebiet. Hier ist nur Stefans Schatzkarte. Soll ich die mitnehmen, oder? Keine Ahnung, da hinten ist das Brandgebiet. Hm. Hallo? Da ist das Brandgebiet. Jaja, ich hab dich schon verstanden. Ich seh... Oh, ne Tasche. Ich bin leider so voll. Ich hab auch keinen Platz, aber vielleicht ist ja... Äh... Ja. Geh mal den Exit. Äh, den Exit aus dem Brexit. Den Exit? Ja, ich würd gern hier eigentlich noch mal so ein bisschen gucken, aber macht wenig Sinn, ne? Guck doch, Alter. Oh, nein. Und? Oh, jetzt bin ich über den Hasen gefahren. Na und? Du fährst ständig über irgendeine Tiere. Boah, das tut mir so leid. Ja, nee, aber das war ein Hase. Und davor war es ein Huhn. Ja, das tat mir auch echt leid. Na. Möge ist im Frieden ein Huhn. Was denn, please? Boah, ist hier eine... Oh, Jasmin, das müssen wir uns aber merken. Das ist größer hier. Da müssen wir demnächst zusammen hin. Nö. Okay. Ne, hier müssen wir zu zweit hin. Auf jeden Fall. Ja, und ich hab nein gesagt. Ich hab ja gesagt. Oh, nein, Jasmin. Mir ist grad ein Unfall passiert. Was denn? Ich hab aus Versehen einen Huhn überfahren. Und aus Versehen hab ich hier eine Frau abgestochen. Sie ist rein zufällig dreimal in mein Messer gefallen. Ja, dann würde ich sagen, dann radel ich jetzt schon mal wieder nach Hause. Dann kann ich meine Tasche leeren. Warum gehst du nicht zum Traitor Blimpdingsbums hier? Blimpdingsbums. Außerdem hab ich noch ein Buch für dich. Ja, aber ich bin voll. Ja, und das kannst du auch lesen. Guck mal, das sind 1,5 Kilo. Vielleicht kannst du mir was verkaufen. Nee, dann nehm ich die Händlerkiste auch noch mit und die Jetons. Ich mach erstmal, weil ich jetzt die Taschen leere. Und fahr hier so ein bisschen am Stadtrand noch vorbei. Auf jeden Fall ist hier hinten, äh, der Dings. Hier ist ein Bähdrescher. Äh. Na, das Wandgebiet. Das sieht aus hier wie so ein Industriegebiet irgendwie. Ich glaub, das ist größer als unsere Stadt. Also ich kann mich täuschen, aber es wirkt größer. Und die Gebäude sind größer. Habra, habra. Ah, noch ein Forgerhead. Das ist nur, oh, 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 Gottes Willen. Aber das musst du dir holen, weil... Ja. Hä, du kannst die stacken. Ach ja, ich hab das... Ja, hab ich auch gemerkt. Mann, ey. Ich lass mich ihn bitte. Sei mich da nicht so an. Also, tut mir leid, aber da konnte ich jetzt echt nicht mehr die Kontenuers bewahren. Darauf erstmal einen Schluck Entspannungstee. Oh, ey. Hm. Aber ein Auto wäre schon praktisch, ne? Ja. Ich müsste mal den Mechaniker als nächstes leveln. Dann können wir hier auch mal in die Großstadt fahren mit dem Auto. So. Ja, hier ist auf jeden Fall die Straße. Ja. Aber es geht eigentlich. Also, so weit ist das jetzt gar nicht entfernt. Das ist nur immer so eine Sache mit der Ausdauer, ne? Ja, hier ist so ein Militärzelt noch. Hier kommt mir bestimmt gleich was entgegen. Ja, da sind in der Regel viele Soldaten. Aber du bist ja bewaffnet, ne? Ist doch egal. Stürm das Ding, Jasmin. Zeig dir, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Nee, ich trau mich nicht. Hey, ist schon leer. Warst du schon hier? Ja, möglich. Ja, wahrscheinlich. So richtig verurteilend. Ja, warst du schon hier? Schon wirklich? Ja, hier ist alles leer. Wahrscheinlich. Also, würdest du dich jetzt bei mir beschweren, dass ich gelootet habe? Ja. Du warst hier. Du kommst zu spät, Christopher Kolumbus. Da hinten ist echt das Brandgebiet, ey, glaube ich. Das Gebiet habe ich schon entdeckt. Ja, dann gehe ich halt weiter. Habe ich hier keine Treppe gebaut oder haben sie die kaputt gemacht? Hm. Fragen über Fragen, nicht? So. Jetzt kommt der spaßigste Teil. Taschen leeren. So. Habe ich die alle verballert, letztes Mal? Ähm. Habe ich noch was für den Händler? Einmal die Base Cap. Definitiv. Hm. Ja. Einmal dahin fahren. Einmal dahin fahren. Wir haben von diesen Stachydraht-Mods schon drei Stück. Knüppeln. Vielleicht kann man die Mod an sich ja auch verkaufen. Ein Krab. Ein Krab. Ein Krab. So. Da. Oben. Oben. Äh. Hier. Eine Minute viertelig. Oh. Wir können Antibiotika herstellen. Kann ich das auch? Oh. Antibiotika. Ne. Ich kann das nicht. Oh. Jasmin kann endlich. Du kannst die ganzen Shamway Sandwiches oben verarbeiten. Das ist ja schön. Äh. Was habe ich hier jetzt noch? Die Pfeile. Nutzt keiner. Ne. Was ist denn das der für ein Plunder jetzt? Ach. Jetzt habe ich hier. Hm. Das ist ein Verwalt. So. 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 Jasmin. Ich mache uns jetzt sechs köstliche und vorzügliche Wasser. Was ist denn das gefahren? Wie wird hier? Ah. Jetzt hat sie ihre Kiste abgeschlossen. Du auch? Ja. Ich hätte dir da sonst was reingepackt für dich. Mhm. Die Breit sind im Brandgebiet einmal. Ja. Ich lasse das mal lieber. Sonst vergesse ich das. Ähm. Wenn wirklich im Brandgebiet. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich bin hier. Dass ich das noch erleben darf auf meine alten Tage. Und ich habe Überlebenskünstler freigeschaltet. Ich fahre wieder raus. Dieses Geräusch. Ich hasse das ja. Und tschüss. Ja. Das Brandgebiet. Äh. Das ist gruselig. Ich gehe wieder weg. Ja. Das ist das. Ich wollte nur mal gucken. Was da so geht. Aber. Da geht nicht viel. Glaube ich. Jetzt habe ich meine Steine alles oben hingepackt. Sonst hätte ich parallel schon mal Beton machen können. Aber die können wir ja gleich mitnehmen. Einmal kurz durchsortieren. Hier ist noch eine Straße. Äh. Einen Rucksack. Oh. Oh. Bleib doch einfach liegen. Äh. Blutbeutel ist oben. Ne? Ja. Den haben wir oben in der Kiste. Da. Und ich habe noch eine Zielfernrohr-Mod. Die brauche ich. Alter. Hier ist ein Vogel. Dann behalte ich die noch in der Tasche. Damit er es mir die nicht nimmt. Ne. Dann kann ich dir die geben. Weißt du? Und ich habe nicht einmal den Vogel getroffen. Level up. Oh. Sieben Punkte. Ich müsste mal meine Punkte verteilen. Habe ich meine ganzen Steine eingeschmolzen? Äh. Habe ich nicht, oder? Ich kann auch nicht. Habe ich ihn nicht genommen. So. Betonmischung. Dann kann der erstmal ein bisschen was mischen. Was fehlt mir denn noch? Zement. So. Und immer noch Zement. Und Nägel. Dann könnte ich schon mal eine beschreibbare. Wobei die Kisten. Mache ich erst hin. Wenn die. Wenn da keine Zombies mehr sind. Glaube ich. Also wenn die nicht mehr rein können. Mhm. So. So. Ja. Jasmin. Ja. Würde ich sagen. Ja. Ich mache mich schon auf den Rückweg. Was ist das für heute nicht? Mhm. Ja. Nächstes Mal kann man den drüben wieder ein bisschen bauen. Aufwerfen vielleicht. Ich würde halt gerne die Basis erstmal. Aber ich will halt auch looten. Hm. Ich komme jetzt erstmal nach Hause, ey. Ja. Ich muss mal schauen. So. Hier ist ja alles Beton diesmal. Äh. Aber. Hatte ich da nicht auch noch was? Nicht der Rede wert. Oh. So. Das heißt. Wir verabschieden uns. Für heute. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Trotz. Trotz. Tu ein bisschen ruhig. Aber eine neue Stadt entdeckt. Immerhin. Wir sehen uns morgen wieder. Schaltet gern wieder ein. Seid gern mit dabei. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.